Denn die vermeintlich kleinsten Teilchen der Materie sind in Wahrheit so etwas wie winzige Universen. Die Welt der Teilchen im Teilchen. Was modernen Forschern heute bewusst wird, scheint dieser Mann, dessen genaue Lebenszeit nicht überliefert ist, schon vor weit mehr als 2000 Jahren gewusst zu haben. Dass der Kosmos der Agenten K und J in der Murmel eines Außerirdischen steckt. Was uns in so einer Murmel drin hat und uns anguckt und so beobachtet, guck mal, die kämpfen hart vor die Idioten. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. So Freunde, ich würde sagen, wir geben uns auch noch das zweite Video. Wissenschaftlassend in Panik, könnte das in dem Universum ein Atom sein? Das will ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Wer hat Bock drauf? Eins in den Chat. Let's get it on. Alles besteht aus Atomen. Dieses Wissen ist rund 100 Jahre alt. Doch heute wissen wir weit mehr als das. Denn die vermeintlich kleinsten Teilchen der Materie sind in Wahrheit so etwas wie winzige Universen. Wäre es also möglich, dass wir selbst und unser Universum in Wahrheit nur ein winziges Teilchen in einer viel größeren Welt sind? Dieser Frage und weiteren spannenden Details rund um Atome und den Bauplan unseres Universums gehen wir in diesem Video nach. Doch be... Das ist so faszinierend, Bro. Macht voll Spaß. Ich sag dir ehrlich, diese Sache reinzuziehen. ...in die Welt der kleinsten Teilchen im Universum starten, möchten wir dich noch einladen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du sicher kein... Einladet in, man. Gucken wir mal, wenn das Video cool ist, dann kriegst du von mir auch einen Daumen nach oben. Vielleicht sogar ein Abo. Müssen wir mal schauen. Neues Video mehr verpasst? Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Like freuen. Und jetzt geht's los. Alle Dinge bestehen aus Atomen 1808 entdeckte der britische Forscher John Dalton erstmals die Atome. Er und sein Kollege Joseph Louis Proust beschäftigten sich mit der Frage, wieso sich chemische Elemente nur in bestimmten ganzzahligen Verhältnissen zu Molekülen verbinden. Die einzig logische Erklärung war, dass die Elemente aus nicht mehr teilbaren, kleinsten Einheiten bestehen. Diese Idee war eigentlich gar nicht so neu, sondern wurde bereits in der Antike von den sogenannten Atomisten verkündet. Diese Gelehrten-Schule, die etwa zeitgleich mit großen Denkern wie Sokrates und Platon im alten Griechenland wirkte, hatte bereits im 5. Jahrhundert vor Christus die Idee, dass die gesamte Schöpfung aus unteilbaren Teilchen aufgebaut ist. Diese Teilchen nannten sie Atomos, was ganz einfach unteilbar bedeutet. Woher? Ah, Atomos unteilbar. Wisst ihr Bescheid? Die antiken Griechen, die dieses Wissen hatten, erstaunt bis heute die Wissenschaft, denn... Digga, ich bin mir fast sicher, das Wissen war auch schon vorher am Start. Ich bin sowieso der Meinung, dass es schon eine Hochkultur gab, bevor dieser Hochkultur, die uns präsentiert wird in den Büchern, gab es schon Leute, die auch ähnliches Wissen hatten. Bin ich mir fast 100%, also nicht 100%ig, aber ich bin mir da so fast sicher. Nennen wir es mal so. Unbekannte Asylanz sagt Leon, wegen dir ziehe ich wieder Gym durch, jeden Tag einfach gehen. Mal Muskeln, mal Cardio. Fühle ich, Bruder. Flexe denn mal, Fucker. So ist stark, Bro. Finde ich geil, dass ich jemanden motivieren kann. Ist mir eine Herzensangelegenheit, mein Bester. ... hatten, erstaunt bis heute die Wissenschaft, denn in der Antike gab es keine Vergrößerungstechniken und auch keine Computer. Denkst du, Bruder, das denkst du. Du denkst das. ... kann man auch heute Atome nur sehr schwer sichtbar machen. Es gibt einige Methoden, durch die stets nur der äußere Bereich des Atoms, also die Elektronenhülle, dargestellt werden kann. Der Rest des Wissens basiert auf Berechnungen und Beobachtungen im Experiment. Pionier auf dem Gebiet der modernen Atomforschung war Ernest Rutherford. Im Jahr 1907 beschoss der Professor der Universität Manchester zusammen mit seinem Kollegen Hans Geiger eine dünne Metallplatte mit radioaktiven Alpha-Teilchen. Die meisten Alpha-Teilchen gingen direkt durch das Metallblech, einige wenige wurden in ihrer Flugbahn leicht abgelenkt und gelegentlich wurde eines der Teilchen von einem Objekt direkt zurückgeworfen. Die Ablenkung sowie die Rückwerfung musste durch Atome zustande kommen. Anhand der Beobachtungen konnte Rutherford zusätzlich schlussfolgern, dass Atome aus einem winzigen, dichten Kern bestehen, mit dem die Alpha-Teilchen im Experiment zusammenstießen und dieser Kern von einem weitestgehend leeren Raum umgeben ist. In diesem Raum vermutete Rutherford völlig richtig die negativ geladenen Elektronen. Im Grund wurde das Atom also durch den Beschuss mit einem Strahl winziger Teilchen sichtbar. Diese Art und Weise, Atomstrukturen sichtbar zu machen, wird heute noch genutzt. Nur haben Forscher des 21. Jahrhunderts dafür gigantische Teilchenbeschleuniger und ultrafeine Messsensoren zur Verfügung. Anhand dieser Beobachtungen Rutherfords und Geigers offenbarte sich bereits vor 100 Jahren die subatomare Welt. Die Welt der Teilchen im Teilchen. Der große US-amerikanische Physiker Richard Fink verkündete zu Beginn des Atomzeitalters, Zitat Anfang, alle Dinge bestehen aus Atomen, aus kleinen Teilchen, die sich in ständiger Bewegung befinden und sich gegenseitig anziehen, wenn sie ein wenig voneinander entfernt sind, sich aber abstoßen, wenn sie ineinander gepresst werden. Zitat Ende. Und diese Atome bestehen, wie wir heute wissen, aus Elektronen, Protonen, Neutronen und noch viel kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks. Die kleinste Einheit im subatomaren Bereich ist noch nicht gefunden worden. Forscher nennen dieses Teilchen gelegentlich das Gottesteilchen. Wer es findet, soll in diesem Teilchen den Bauplan der Schöpfung erkennen können. Doch bevor wir uns das noch näher anschauen, wenden wir uns einem ganz anderen Thema zu. Ist das Atom ein Kosmos für sich? Im Inneren des Atoms tummeln sich Protonen und Neutronen, die von Elektronen umkreist werden. Ganz so, wie Planeten, Sterne und Sternensysteme galaktische Zentren umkreisen. Forscher möchten so entdeckt haben, dass die Rotationsgeschwindigkeit und die Umlaufbahnen von Teilchen innerhalb der Atome bestimmter Elemente exakt den Bahnen der Planeten in unserem Sternensystem ähneln. Hier kommt ein weiterer interessanter Zusammenhang mit alten Mysterien und Denkerschulen zustande. Noch vor den antiken Griechen und den Atomisten hat ein geheimnisvoller Wissenschaftler des Altertums ganz spezielle Gesetze des Bauplans der Schöpfung veröffentlicht. Sein Name war Hermes Trismegistus und die von ihm Da ist er wieder, der Bruder, Alter. Krass. Krass. Wusste ich nicht, dass der in dem Video auch vorkommt. ...molierten Gesetzmäßigkeiten sind als die hermetischen Gesetze bekannt. Heftig. Eine der bekanntesten Aussagen dieser Gesetzmäßigkeiten lautet, Zitat, wie oben, so unten, wie innen, so außen, Zitat Ende. Dieses Gesetz aus dem hermetischen Prinzip der Resonanz besagt nichts anderes, als dass der Kosmos der großen Teile wie Sternen... ...Hermes hat Fehmerte, genau. ...Planeten. ...dem Mikrokosmos der kleinsten Teilchen entsprechen müsste. Spinnen wir das Gesetz des Hermes Trismegistus weiter, würden die hermetischen Gesetze die Theorie untermauern, dass unsere Welt der Teil einer noch... ...heute stellt Hermes Pakete zu, Bruder. ...größeren, übergeordneten Welt ist oder sein kann. Hermes Trismegistus Wissen ist heute keine anerkannte Lehre. Allerdings gibt es erstaunliche Parallelen zu modernen Erkenntnissen der Quanten- und Schwingungslehre. Was modernen Forschern heute bewusst wird, scheint dieser Mann, dessen genaue Lebenszeit nicht überliefert ist, schon vor weit mehr als 2000 Jahren gewusst zu haben. Das meine ich doch, Dekar. Dabei hatte Hermes Trismegistus sicher keine Computer und sicher keine Teilchenbeschleuniger. Die Welt-in-Welt-Theorie Die Idee der Mikrowelten in den Makrowelten wurde auch von Hollywood schon mehrfach aufgegriffen. Im Kino Hitman in Black 1 trägt Kata Orion eine ganze Galaxie als Anhänger an seinem Halsband und am Ende des Films erkennen die Zuschauer, dass der Kosmos der Agenten Kay und Jay in der Murmel eines Außerirdischen steckt. Diese Idee greift die Theorie des Taschenuniversums gleich noch mehr auf, wonach parallel existierende Welten nicht wie bei einer Mamuschka linear ineinander verschachtelt, sondern entlang bisher unbekannter, non-linearer Strukturen angeordnet sind. Doch kommen wir zurück in die Welt der Wissenschaft. Wir halten noch einmal fest, dass der Aufbau der kleinsten Teilchen in Atomen dem Aufbau des Universums ähnelt. Ein Atomkern, der von Elektronen umkreist wird, bildet mit anderen Atomen einen Molekülverband, der wiederum diverse Formen der Materie hervorbringt. Wäre die Natur des Atoms dieselbe wie die des Universums, müsste das Universum eine Grenze haben. Wir kennen bisher zwar die Hülle. Ja, der Diamant sagt, es gibt Aliens safe. Meine Nachbarin war von einem anderen Planeten. Hauts? Uns besuchen gekommen? Na, Mann? Atoms wissen aber nicht, ob das Universum unendlich oder begrenzt ist. Heute weiß man, dass auch Elektronen, Neutronen und Protonen nicht die kleinsten Teilchen sind. Sie werden von Quanten gebildet, die nichts anderes als reines Licht sind. Doch auch das Quant ist nicht wirklich das kleinste Teilchen. Vielmehr sind Quanten nur zur Hälfte Teilchen. Im Versuch stellte sich heraus, dass Quanten zwischen der Teilchenform und dem Dasein als unbestimmte Welle im Raum wählen. Schwingungen sind dicker können, bzw. dass äußere Einflüsse darüber entscheiden, ob ein Quant eine feste Form annimmt oder eine undefinierte Welle bildet. Die Rolle der dunklen Materie Bisher schauen Forscher noch überwiegend auf die sichtbaren Erscheinungen im All, wobei die Quanten die Wissenschaft bereits an die Grenzen von Sein und Nichtsein bringen. Quanten werden zu Wellen, wenn sie nicht bestimmt oder gemessen werden. Wenn du dich mit der Quantenphysik beschäftigt hast oder regelmäßig unsere Videos siehst, kennst du bestimmt die Gedankenmodelle, wonach der Mond verschwinden würde, wenn keiner mehr hinsieht. So jedenfalls gestaltet sich die Welt im Kosmos der... Der Mond verschwinden würde, wenn keiner mehr hinsieht. ...einsten Teilchen. Quanten tauchen scheinbar auf. Nichts auf und nehmen dann Gestalt an oder verschwinden wieder. Dieses Phänomen kennen Wissenschaftler als Quanten- oder Vakuumfluktuation. Die Wissenschaft nähert sich sowohl auf der subatomaren Ebene als auch im Universum langsam dem Nichts oder dem Vakuum, aus dem die Quanten hervorgehen. Dieses Nichts oder auch das Nullpunktfeld, die dunkle Materie oder die Matrix des Universums bildet die große Unbekannte. Forscher versuchen dem Geheimnis dieses Nichts, das vermutlich der Urgrund aller schöpft. Das ist ja auch da, hat ja auch Big Bang Theory, Sheldon etc. Die haben ja auch dunkle Materie, Stringtheorie, dies, das, um das Universum zu beweisen. Also wir sind noch nicht, glaube ich, noch nicht ansatzweise an der Wahrheit dran. Vor allen Dingen nicht mit der Wissenschaft. Ich glaube, das wird erst richtig funktionieren, wenn die anfangen, Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu verbinden. ...ist unter anderem durch das Studium des Atoms auf die Schliche zu kommen. Die Kraft, die ein Atom zusammenhält. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass Atome durch die Ladungsverteilung sowie die Relationen zwischen Neutronen, Elektronen und Protonen zusammengehalten werden. Das wäre in etwa so, als würde das Universum durch die Bewegung von Sternen und Galaxien zusammengehalten werden. Doch das stimmt so sehr wahrscheinlich nicht. Die Beziehungen der Körper im All untereinander spielen eine gewisse Rolle bei der Stabilität. Unter den sichtbaren Erscheinungen liegen kosmische Netze, an denen materielle Erscheinungen wie aufgehängt sind. Diese Netze sind nicht statisch, sondern dynamisch. Die Netze sind Teil des Vakuums oder des Nichts, was zeigt, dass dieses Nichts nicht leer oder wirklich Nichts ist. An bestimmten Stellen, wie beispielsweise schwarzen Löchern, ist das Nichts so stark verdichtet, dass es enorme gravitative Kräfte freisetzt. Folglich muss es sich dabei um eine Art der Materie handeln. Und auch diese kann als eine Art Kitt im Atom sowie im Universum wirken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können die Quelle nicht mit Wissenschaft finden. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist eine Sache, die findest du nicht durch Berechnungen oder durch Studieren oder durch Spekulationen oder so. Was Höheres, das ist was, was wir gar nicht begreifen können mit unserem Verstand. Das musst du spüren. Da musst du sein. Und ich glaube, das ist da auch, wo unsere Seelen sind und wo wir herkommen und wo wir auch hingehen, wenn wir wieder gehen von der Erde. Also ich glaube, das ist... Menschen versuchen alles zu beschreiben mit Wissenschaft und so, aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Dunkelheit wie Pilze aus der Erde. Beim Pilz ist das eigentliche Lebewesen das Geflecht, das unter der Erde lebt und nicht der über der Erde sichtbare Pilz. Übertragen auf das All oder das Atom könnte man folglich sagen, dass die eigentliche... Wie viele Wissenschaftler haben ihren Kopf schon gefickt mit dieser Thematik? Sind daran kaputt gegangen, verrückt geworden etc. Das ist schon... Und dann kommt auf einmal jetzt vor ein, zwei Jahren raus, ja, Urknalltheorie stimmt so nicht. In der Dunkelheit oder im Nichts besteht. Sie zeigt sich temporär in der Welt der materiellen Erscheinungen, verändert sich dort und zieht sich irgendwann wieder in... Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Wissenschaftler Dummschwätzer sind. Das sagt ja auch gar keiner. Das hat ja keiner gesagt. Die sind halt bis jetzt nicht an die Lösung gekommen, merkst du ja. Die finden es halt nicht raus. Heißt ja nicht, dass es Dummschwätzer sind. Es gibt bestimmt ein paar Wissenschaftler, die Dummschwätzer sind und ein paar, die keine Dummschwätzer sind. Aber ich würde auch nicht sagen, alle Wissenschaftler sind Dummschwätzer. Was ich mich halt immer frage bei dem Thema Wissenschaft ist so, inwiefern es gelenkt ist auch, weißt du? Inwiefern halt gewisse Dinge uns einfach so präsentiert wurden als Wahrheit, die wir auch gar nicht mehr hinterfragen. Weil es halt von der Wissenschaft, der Wissenschaft, der alle Wissenschaftler sagen und so, es gibt eigentlich immer Wissenschaftler, die nicht der Meinung sind, nicht der Mainstream-Meinung sind. Die werden uns halt nicht präsentiert, die werden nicht gefördert. Das sind dann halt die Komischen. Das sind dann halt die, die, die dann erstmal Verschwörungstheoretiker wahrscheinlich sind oder irgendwas so. Weißt du, die werden dann auch abgestempelt als verrückt oder so. Also das ist halt immer das. Und dann kommt nach Jahren raus, ey, die haben vielleicht doch recht gehabt. Ich bin mir sicher fast, dass Wissenschaftler, die gesagt haben, die Urknalltheorie ist, 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 ist ein Scam, ist Fake. So, die wurden wahrscheinlich auch erstmal irgendwie als negativ abgestempelt oder so, weißt du? Genau so haben Wissenschaftler früher gesagt, dass die Erde flach ist, Bruder. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Es gab die meisten, also es war der Wissensstand von früher war, dass die Erde flach ist, bis jemand gekommen ist, der gesagt hat, die Erde ist rund. Und den haben die dann erstmal verbrannt, getötet und so. Da merkst du schon, ist nicht so eindeutig, weißt du? Dieses Nichts zurück. Dieses Modell lässt sich auf die Quanten- und Vakuumfluktuation genauso übertragen, wie auf die Lebensspanne eines Menschen oder eines Sterns. Auch du und ich bestehen auf Teilchenebene aus einer unzähligen Anzahl an Atomen, kleinsten Lichtteilchen und Information. Kann unser All also ein Atom sein oder nicht? Sicher ist unser All kein Atom, sondern besteht aus Atomen. Weder das All noch das Atom sind auf der Teilchenebene unteilbare Objekte. Der Aufbau und die Grundstruktur von Universum und Atom ähneln sich aber. Beide teilen zudem einen gemeinsamen Urgrund. Wie könnte es auch anders sein? Denn das All ist ja aus Atomen aufgebaut. Ob Ideen bezüglich des Kosmos im Kosmos wahr sind oder nicht, können wir heute unmöglich mit Sicherheit bestätigen und genauso wenig ausschließen. Wir werden abwarten müssen, was Forscher zukünftig herausfinden werden. Überlegen wir, wie weit sich die Teilchenforschung in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, werden wir in 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich schon wieder ein völlig neues Bild vom Universum und den Atomen besitzen. Das meine ich, Dicker. Wissenschaft ist nicht fix. Bis es soweit ist, darfst du Forscher spielen und dir Gedanken zu der Idee machen, unser All könnte ein Atom in einer anderen Welt sein. Schreib uns deine Ideen, Erkenntnisse oder spontanen Einfälle jetzt gleich in die... Mies recherchiert, mein Lieben, Freunde. Wir werden weiterhin mies recherchieren. Finde ich es auch immer so crazy, wie Leute halt Leuten sagen, dass sie sich mit gewissen Sachen nicht beschäftigen sollten. Und das ist gefährlich, Bro, wenn du dich damit beschäftigst, mit Theorien. Er hat es eben selber gesagt. Die meisten Theorien sind in den nächsten 10, 20 Jahren, werden von einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet als heute. Und so. Deswegen finde ich es immer sehr interessant, mir Sachen reinzuziehen. Egal von welcher Sichtweise, egal von wem auch und egal, wie verrückt die Theorien erstmal scheinen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, wertvoll, sich verschiedene Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln reinzuziehen, ohne da so, wie sagt man, verurteilend an die Nummer ranzugehen und zu sagen, Alter, das ist ein Verrückter, wenn er so und so sagt. Weißt du? Alter, das ist ein Verrückter, wenn er so, wie sagt man, verurteilend an die Nummer ranzugehen und zu sagen,